Herzlich willkommen! Wenn du dich fragst, welche Themen man mit NeuroThings bearbeiten kann, dann bist du hier richtig bei diesem Video. Heute geht es um ein Praxisbeispiel, das ich dir zeigen möchte, wie ein Einzelcoaching aussehen kann zum Thema Partnerwunsch. Wie wir alle wissen, können Beziehungen ja sehr komplex sein. Es gibt Zeiten, in denen es sehr gut läuft und dann gibt es leider auch Zeiten, die nicht so lustig sind. Die meisten Menschen bleiben von Trennungen nicht verschont. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das sind Prägungen aus der Kindheit, das sind die Beziehungsmuster, die wir von unseren Eltern oder auch Vorfahren übernommen haben. Und wenn es eben nicht gut läuft, dann kann es sein, dass irgendwann einmal genug ist und man zieht den Schlussstrich oder er wird von außen gezogen, um dann einmal gut zu sich zu kommen. Das Single-Dasein auch zu genießen. Es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Und auf der anderen Seite aber ist dann vielleicht wieder einmal genug mit dem Single-Dasein und es wird der Wunsch immer größer nach einem Partner, nach einem Gegenüber, mit dem man sich auf Augenhöhe austauschen kann und mit dem man einen Großteil seiner Lebenszeit verbringen möchte. Diesen Wunsch hat eine Klientin von mir und ich möchte dir jetzt ein Beispiel zeigen, wie so ein Coaching ablaufen kann, wenn du dich neurokreativ mit dem Thema auseinandersetzen möchtest. Und das Ziel ist natürlich, die Blockaden zu beseitigen, die vorhanden sind und den Wunsch noch stärker und konkreter anzuvisieren. Wenn viele Verletzungen passiert sind, dann macht das natürlich was mit einem. Es prägt uns. Diese emotionalen Prägungen beeinflussen unser Denken, unser Tun. Es geht um Erwartungen, es geht um Enttäuschungen, die befürchtet werden. Je stärker und je heftiger diese Verletzungen waren, umso eher ist diese Gefahr, dass man selbst dann schon gar nicht mehr glaubt, dass eine solche Beziehung möglich ist. Damit man nicht wieder ins alte Verhaltensmuster rutscht und ganz offen ist für eine neue Beziehung. Wenn du schon lange im Single-Dasein bist, zu lange für dich und du wünschst dir wieder einen Partner, dann könntest du zum Beispiel auf neurokreative Art und Weise versuchen, dich dorthin zu fokussieren. Um von der Schwingung her in einer anderen Stimmung zu sein, um anderes anzuziehen und auch andere Menschen in dein Leben zu ziehen. Andere als die mit dem alten Beziehungsmuster, das ja nicht funktioniert hat. Dazu ist es wichtig, die eigenen Muster mal zu hinterfragen und ich zeig dir jetzt ein Beispiel, wie das neurokreativ ablaufen könnte. Angenommen, du kommst zu mir auf Onlineberatung, hast den Wunsch, einen Partner zu finden, dann führen wir ein kurzes Vorgespräch, um dann gleich ins neurokreative Zeichnen einzutauchen. Bei diesem Vorgespräch begleite ich dich mit Fragen, sodass wir herausfinden, in welche Richtung geht es. Es gibt verschiedene Abläufe, Zeichenabläufe, die geeignet wären und es geht darum herauszufinden, welcher gerade für dich individuell der passende ist. Wenn wir das jetzt in zwei Gruppen einteilen, so könnten wir sagen, grundsätzlich geht es darum herauszufinden, sind die Blockaden noch sehr präsent, ist die Angst, enttäuscht zu werden oder der Ärger oder die Traurigkeit über die Trennung, ist der Trennungsschmerz noch sehr präsent, sind viele Vorwürfe da. All das könnte es verhindern, den neuen Menschen kennenzulernen oder ihn ins Leben zu lassen, sich wirklich einzulassen auf eine Beziehung. Andererseits könnte es sein, dass du diese vergangene Beziehung bereits überwunden hast, du hast daraus gelernt, du hast das integriert, du hast vielleicht auch schon daran gearbeitet, um eben diese negativen Nachwirkungen aufzulösen, zu verändern. Dann ist es so, dass du schon voll fokussiert bist auf den neuen Partner, auf den Partnerwunsch. Das heißt, der Wunsch steht an erster Stelle. Wir haben also entweder, wollen wir noch was aufarbeiten, um frei zu sein für den neuen Partner oder haben wir die Situation, dass du schon schnurstracks in den Wunsch, in die Richtung gehen möchtest und wirklich bereit bist für die Umsetzung. Da habe ich zwei verschiedene Zeichenabläufe. Ich möchte dir in diesem Video die zweite Variante vorstellen, die ich durchführe, wenn jemand den Wunsch fokussieren möchte. Ich zeige dir das an einem praktischen Beispiel. Wenn wir online verbunden sehen, so zeichnet die Klientin an ihrem Blatt und ich zeichne immer mit. Wir vergleichen dann auch immer und gehen da Schritt für Schritt durch. Mitunter entwerfe ich auch individuelle Zeichenabläufe für die spezielle Klientin. Das war auch hier der Fall. Aufgrund des Vorgesprächs, in dem Fall des Partnerwunsches, ist es eine Möglichkeit, das so aufzubauen. Das ist die Person selbst, die sich den Partner wünscht und das ist der Partner. Wir haben das aufs Papier gebracht und die Linien gezogen, die neurokreativen Linien, die mit beiden Händen gezogen werden. Wir haben die Themen gemeinsam besprochen, die mit dem Wunsch nach dem Partner verbunden sind und haben das dann in Form von Kreisen ins Bild eingesetzt. Und hier siehst du das Bild schon etwas gerundet. Es ist mein Bild, nicht das Bild der Klientin. Ich zeichne mit, zeichne es manchmal fertig, manchmal belasse ich es aber auch dabei. Dieses Mal habe ich das Bild fertig gezeichnet, um es dir im Video dann zeigen zu können. Du siehst hier etwas schräg drauf auf das Bild. Das machen wir oft, dass wir die Perspektive wechseln, dass wir anders aufs Bild schauen, um etwas zu erkennen. Die Kreuzungen sind bereits gerundet. Die Grundelemente von NeuroDings sind eben die beidseitig gesetzten Linien und die gerundeten Kreuzungen. Es kommen dann noch die Powerbubbles und Perlenketten dazu. Für mich habe ich etwas herausgefunden. Du kannst dir selbst mal schauen, ob du etwas siehst. Schreib es mir auch gerne in die Kommentare, wenn du etwas entdeckt hast. Ich für mich habe hier entdeckt, abgesehen von diesen zwei Figuren, die ja bewusst eingesetzt wurden, dass hier ein Kopf ist, hier ein Arm, die Hand zu dieser Person, hier ein Kleid, vielleicht die Füße hier, das Kleid hier herauf und hier wieder eine Hand, die in diese Richtung greift. Das heißt, es könnte eine große Figur sein, eine Ahnen vielleicht, die diese beiden miteinander verbindet, die sie zusammenbringt. Das könnte auch ein helfender Mensch sein, der beide zusammenbringt. Sie wissen noch nicht voneinander, aber vielleicht sind sie ja auf einer anderen Ebene schon miteinander verbunden. Hier siehst du die Figur noch einmal. Man beginnt dann die Powerbubbles zu setzen und es sind sicherlich noch viele, viele Figuren in diesem Bild vorhanden. Und da kommt es ganz auf dich drauf an, welche der Figuren, die du entdeckst, sind wichtig für dich. Was hebst du hervor? Man arbeitet sich durchs Bild und so sieht es dann aus, wenn mehr Powerbubbles schon gesetzt sind. Du siehst, es bekommt mehr Kraft, dieses Bild. Die Powerbubbles bringen ja Energie ins Bild. Und nachdem ich diese Figur schon zu Beginn entdeckt habe, manchmal ist es erst sehr viel später, wenn die Powerbubbles gesetzt wurden. Aber da ich sie schon gesehen habe, habe ich rundherum gebabbelt und habe die Person freigelassen. Es würde auch nichts machen, wenn da Bubbles durchgehen. Überhaupt kein Problem. Und wenn man möchte, kann man auch diesen Teil noch anmalen oder ausfertigen. Es könnte ja ein Flügel sein, wenn man der Meinung ist, das ist ein Engel, der beide zusammenbringt. Hier ist es ausgefertigt mit Farben. Ich habe hier Orange gewählt, einfach aus dem heraus, dass das eine sehr aktive Farbe ist. Und hier einfach Blau und Rosa, so diese typischen männlichen, weiblichen Farben gewählt. Man kann das dann ausfertigen, wie man möchte. Und für mich wäre es interessant, was siehst du noch für Figuren? Das Bild ist noch nicht fertig. Es könnte hier ein Kopf sein mit einem großen Auge, das ist die Nase. Riesengroßer Kopf. Oder hier eine Art Krokodil. Oder was siehst du noch? Hier die Figur. Was sagt es für dich aus? Was würdest du sagen, worauf ist jetzt zu achten beim Partnerwunsch? Welche Informationen haben wir noch? Welcher Eindruck macht diese Person in der Mitte für dich? Ist sie wirklich vermittelnd oder ist es ganz etwas anderes? Welchen Eindruck hast du? Es kommt natürlich darauf an, wenn es dein Bild ist, dann ist das gültig, was du empfindest. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja hier ein Video gemacht. Es ist eine Zeichnung, die ich mitgezeichnet habe. Daher, du kannst frei heraus deine Deutung in die Kommentare schreiben, wenn du möchtest. Wir können darüber diskutieren. Und es ist ja eine Übung, dieses neurokreative Sehen, um die Perspektive zu wechseln, um die Kreativität anzuregen und einfach anders auf das Ganze drauf zu sehen. Und manchmal ist es ganz interessant, mehrere Meinungen einzuholen, mit den Gedanken kreativ zu spielen. Offenheit ist ja sehr wichtig und Kreativität, um Neues ins Leben einzuladen. Wenn man eben schon erfahren hat, dass bestimmte Vorgehensweisen nicht so gut klappen, dann könnte man ja was Neues ausprobieren, als ständig das Gleiche zu wiederholen, was ohnehin sich nicht gut bewährt. Und abgesehen vom Einzelcoaching, das man machen kann, gibt es auch ein Buch zum Thema Beziehungen. Neurodings, Neurokreatives für Familie und Beziehung ist das Buch, in dem zwei Zeichenabläufe enthalten sind. Einer bezieht sich auf die Ahnenreihe, eine ganz besondere und interessante Arbeit zu erforschen. Wo liegt die Blockade in der Ahnenreihe? Wie könnte ich das auflösen? Und zum anderen ist ein sehr einfacher Ablauf noch enthalten, der das Wir, das Gemeinsame in Beziehungen in den Vordergrund stellt. Wenn jemand in Beziehung ist und das Gemeinsame wieder etwas aktivieren möchte, dann ist dieser Ablauf geeignet. Und abgesehen von den zwei Abläufen sind auch einige Hintergründe angeführt, warum und wie Prägungen in Beziehungen geschehen, wie das aus psychologischer Sicht zustande kommt und was man selbst tun kann, um das zu verändern. Die Beziehung zu sich selbst ist das wichtigste Gut. Daher schau gut auf dich, alles Gute und mach dein Ding.